Hallo Freunde und Willkommen zurück zu The Last of Us. So, wir sind dabei, ihn zu besiegen. Freu mich. Au. Oh Mann, das kann ja... sehr... Au, tut das weh? Weiß nicht, tut das weh? Komm ich doch hoch? Nein. Ach ja. Oh Gott. Ähm, ich hab so ein dickes Ding hinter mir. Aua. Okay. Nach hinten gedrückt, fährt eine schnelle Neunsch... Ja, ja, ja. Wie machen wir den denn am besten kalt? Hier. Friss das! Get up. Oh, es hat funktioniert. Au, ey. Ah, okay, das ist wie... so eine Brandgranate. Ist der dicke Platten, ey? Oh, 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 oh. Wo ist der dicke da? Oh Mann! Ist er tot? Äh... er ist kaputt ein ganz großer brauchen wir lang infiziert ich unterbreche nur ungern die aufklärungsstunde aber können wir endlich hier weg nee nachher gedrückt halten so muss ich mal ganz kurz umgucken im moment mal kurz an die konnte ich mich ja gar nicht mehr erinnern so noch mal zehn teile das so gesehen die endboss belohnung kann man das so sagen ich denke wir haben aber kein auto was jetzt was denn naja du hättest du kannst mich ja nicht einfach mal hochziehen oder sonne ach ja ich liebe die schrotflinte klatsch haben die was fallen lassen wenigstens was du nicht sagst ich mein ich komm schnell bitte schneller bitte noch schneller viel viel schneller danke so wo lange jetzt was machen wir denn jetzt hier wir haben keine batterie wo was haben wir denn hallo wir sind den ganzen weg umsonst gelaufen ich habe nur ein paar probleme da die leiter hochzukommen wenn ich von einem typ mit jogging ich sollte da hoch schnell johle ach so okay er macht von alleine cut ziehen ok sie können tatsächlich also leider noch klettern das ist interessant zu wissen ja das denke ich mir auch wir sollten bis morgen warten ich gehe und sehe mich hier hinten um irgendjemand war schon hier ein zeug ist weg ok und was verdammt ist plan b sei du lieber dankbar dass du noch atmet das hier war plan a b c komplett bis z überhaupt sagt sie kann sich den job ganz tief in ihren das ist was jetzt heute war diesen typen frank und wer ist frank er war mein partner oh nur ein volltrottel wie er würde sein mein beileid kollege das sind bisse hier und er wollte sich bestimmt nicht verwandeln also ja scheint so na scheiß drauf sie hat ein auto gefunden schaut mal jungs das ding läuft noch das ist meine batterie das verdammte arschloch schon ist es vergessen ja steig aus steig aus darf ich mich noch wenigstens im haus umgucken haben schon die batterie ist leer aber die zellen sind noch ok ok das heißt wir schieben wir starten und die lichtmaschine lädt die batterie und das soll gehen hey du wolltest einen plan b mehr ist eben nicht drin was meinst du finde ich gut oder ich meine du fährst und wir schieben darf ich mich noch im haus umgucken je ich darf mich noch im haus umgucken das ist ja wunderbar das wollte ich schon immer das war schon immer mein lebensziel sich einmal im haus umgucken jetzt wird er wieder selbst gespräche bin ja dabei jo ich lass es dich wissen ich lass es mich auch wissen ach jetzt habe ich ja ok den kann ich hier durchlesen der ist auch nicht so der ist nicht so groß weil ich habe das ist ich nehme mal drei parts in folge auf ne deswegen kann ich jetzt noch nicht gucken ob ihr wollt dass ich die vorlese aber das kann ich jetzt eben noch vorlesen weil es ist jetzt nicht so lang ach bill ich bezweifle dass du diese nachricht hier finden wirst weil du immer zu ängstlich warst um in diesen teil der stadt zu kommen falls doch solltest du wissen dass ich dich nie ausstehen konnte ich hatte keine lust mehr auf diese scheiß stadt und dein spiel spießertum ich sollte ich wollte mehr vom leben und das hast du nie verstanden und diese blöde batterie wegen der du immer rumgejammert hast ich habe sie aber du hattest wohl recht der versuch diese stadt zu verlassen wurde würde mein ende bedeuten trotzdem besser als noch einen tag mit dir zu verbringen viel glück frank der ist hier fremdgegangen der mochte dich nicht ich würde sagen wir rüsten uns mal jetzt ein bisschen aus ne huiuiui was ich jetzt herstellen kann stellen wir uns mal das her messer her messer sind immer gut trägt man noch um ok wir können maximal drei das können wir uns eigentlich auch mal herstellen in der hoffnung dass wir hier eventuell noch scheren oder so finden packt das weg ok nach oben können wir leider nicht schade ok dann können wir starten glaube ich jo erstmal ellie fragen kommst du damit klar klar ja kein problem die sich so du schlägst dich ganz gut klar das solltest du wissen ich lass dich damit nicht allein oh so ist es ok so ist es wir können starten bill bill let's get a party started ich hab das gefunden und denke du solltest das haben du solltest das haben so fühlst du dich schön leck mich noch frank so ein idiot können wir warte mal da liegt glaube ich noch was hat er ach hat er die weg geworfen ja ok dann ähm ja auf geht's sehr schön du kannst bis alles zählen los auf der kupplung und wenn wir dann rollen ich weiß ich lass sie kommen woher willst du weißt du was mir egal versau es noch nicht ok ellie halt dich bereit jetzt jetzt gibt gas gibt gas das war nix hey ganz toll kleine das war doch ironie oder bill also wenn das denn nicht anlockt die andere Seite links oh fuck wow hey 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 kleine ja dann will man wow 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 was zum wow oh oh clicker 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 bill bitte bleib an meiner Seite für immer du bist mein lebenstraum ja wow wir waren ja so weit weg hm wir sind zu langsam wir müssen nur bis zum hüllen wir schieben ihn auf die kuppe wir schieben ihn auf die kuppe was wo oh wow 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 wo hab ich denn hingeschossen wow ich hab hier die beine abgeschossen wow ich hab hier die beine abgeschossen ja ey das war meine Seite ja oh man ich wusste doch dass hier noch was kam aber daran hab ich jetzt irgendwie überhaupt nicht gedacht ich hab durch dich geschossen Bill es tut mir leid nein ich muss nachladen und ich werd vermöbelt von so ein komisches Vieh boah ich will das jetzt nicht verkacken ich will das jetzt nicht verkacken ich hoffe mein Mikrofon hört jetzt nicht einfach mittendrin wieder auf wie im letzten Part hey warte kurz ich helfe dir sofort oh aber hier liegt noch so viel Stuff egal komm bitte jetzt roll fett die du um fett die du um ok rein ok ein da sehr schön Ellie Wäre jetzt lustig gewesen, wenn die direkt irgendwo reingeballert wäre. Das wäre so gut gewesen, so eine Leitplanke oder so. Nicht zweimal. Hier. Habt keine Schau. Oh, oh. Hier. Was ist das? Um zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und Bilder wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Verquitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Es war sehr grimmig, aber eigentlich ist er okay. Oh, Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay. Ich weiß, es sieht nicht so aus. Aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn hier? Ähm, das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, ähm, hier. Na, weg, das Erinnerung? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, Mann. Na, besser als nichts. Oh. Das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Oh. Wow. Wie, wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kämen die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Oh. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen, okay? Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na, klasse. So, und jetzt? Laufen. Scheiß drauf. Vorsicht! Bitte! Oh nein! Sollen wir ihm helfen? Nope. Schnell dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Ja. Ma'am, oh lord, if you hear me, I can't. Woah, 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 wait. Hey, Sarge! Ah, mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Dann komm raus. Schnell. Lass mich los, du bläder Sack! Tschau! Ach so, du musst drücken. Hey, du alter Mann, das kannst aber sowas von knicken. Ich zeig's dir, Kollege. Geh weg von mir! Mach was. Äh, falscher Knopf, erstmal dein Leben stehen. Hä? Wow, wow, hey. Du. Alter Sack. Eigentlich wollte ich den Cut machen, Leute. Au. Guck mal, der steht da einfach nur. So ruhig gechillt. Bis ich irgendwann mal sein Köpfchen treffe. Da links! Was denn? Ach da! Wow, hey! Was willst du denn hier? Ah, die Musik ist schön. Ne? Huch. 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 Ach du Scheiße, wie viele da noch kommen. Hey, ich wollte einen Cut machen, Leute. Oh verdammt! Oh verdammt! Hi. Ne, ne, so nicht. So nicht, mein Freund. Und... Tschüss. Na guck mal, ein Snack. Wie viele sind da noch? Und wo sind die? War das das? War das alles? Ah nein. Zwei. Sehe ich jetzt. Hier noch. Ja, ich sehe ihn. Hihihi. Wuh. Ähm. Soll ich dir was sagen, Kollege? Du hast ein dickes Problem. Okay. Verdammt! Kein Sommer. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Alles klar. Ja, ich glaube schon. Das ist schon. Gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Ne. Erst mache ich einen Cut. So, Leute. Was nicht läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Zu Befehl. Haben wir es dann? Gut. Okay, Leute. Ich bin dankbar fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.